Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und diesmal ist es kein Sims 4 Video, es ist aber ein bekanntes Spiel, was wir tatsächlich schon mal auf meinem Kanal gespielt haben. Ich habe nachgeschaut, es ist mittlerweile 5 Jahre her, also YouTubers Live habe ich tatsächlich mal let's played, aber vor 5 Jahren, es war sehr, sehr krass, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann haben mich die Macher von YouTubers Live gefragt, ob ich auch Bock habe, den zweiten Teil mal anzuschauen und dann dachte ich mir, direkt mal wieder Flashbacks zu 2016, wo ich das Spiel gespielt habe und deshalb will ich gar nicht lange drum rum reden und wir gehen direkt rein und schauen uns mal YouTubers Live 2 an. Mittlerweile 5 Jahre, was sich da alles verändert hat, Leute. Ich bin ganz gespannt, let's go. So Freunde, ich würde jetzt mal sagen, wir starten und gucken uns das Ganze mal an, was jetzt daraus geworden ist, wie die Grafik sich verändert hat, wie die Qualität sich verändert hat. Für die Leute, die es nicht kennen, es geht einfach in diesem Spiel darum, dass man selbst einfach YouTuber, Streamer wird und dann halt der krasseste YouTuber, Streamer, Streamerin aller Zeiten in diesem Spiel wird und es ist viel geiler gemacht, ich habe so ein paar Trailer gesehen, als YouTubers Live 1. Allein dieser Bildschirm hier sieht schon geiler aus mit diesem Streamingraum. Also so ein Streamingraum wollen wir auf jeden Fall mal haben und jetzt würden wir sagen, gehen wir mal rein ins Spiel und erstellen uns einen neuen YouTuber oder beziehungsweise eine neue YouTuberin, denn ihr wisst, ich erstelle meistens Girls in Sims, deshalb führen wir das einfach mal hier in YouTubers Live 2 fort und wir schauen uns das Ganze mal genauer an. Okay, let's go, Leute. Wir? Sind wir das? Sind wir die Maus am Computer? Oh mein Gott. Das sieht richtig fancy aus. Sieht richtig fancy aus mittlerweile. Okay. Hä, das sieht richtig pretty aus. Oh mein Gott. Wenn ich mich daran erinnere, wie das damals war, ist das auch schon jetzt fünf Jahre her, natürlich entwickelt sich das weiter, aber sind wir? Werden wir die Maus sein, die einfach neben dem Bett ein bisschen zockt? Yeah, you win! Geil, okay. YouTuber's Live. Das war das erste Spiel, Leute. Ähm, gratuliere. Du bist der Erste, der YouTubers Live abgeschlossen hat. Ein soziales Experiment, um die vielversprechenden zukünftigen YouTuber zu finden. Yay, danke Xavier. So, und deswegen schenkt er uns jetzt ein goldenes Ticket nach NewTube City. Da bin ich auch mal gespannt. Damals war das ja von der Stadt her nicht so krass. Ähm, also es war schon nice für damalige Verhältnisse, aber ja. Ähm, wir können jetzt sagen, hm, nein danke, aber natürlich, es ist mein Traum. Und jetzt kann man sich raussuchen, wo man lebt, das ist ja krass. Also man kann hier beim Rathaus leben, traditionelles Viertel. Man kann hier in der Innenstadt leben, Hightech-Viertel. Klingt auf jeden Fall geil. Oder am Hafen, Chill-Out-Viertel. Ich würde eigentlich am liebsten am Hafen wohnen, aber ich glaube, wir sollten ins Hightech-Viertel ziehen, weil da ist das Fitnessstudio, warum auch immer wir das bräuchten. Aber ja, wir wollen da hin. Das ist auf jeden Fall schon mal nice. Ach, das gab es damals alles gar nicht. Okay, danke Xavier, gute Wahl, finde ich auch, finde ich auch. Zeig mir mal die Wohnung. Jetzt müssen wir uns aber erstmal noch umziehen. Uh, hallo. So, ich möchte aber eigentlich, ja, ich möchte ein Girl. Guck mal, oh mein Gott, die sehen richtig pretty mittlerweile aus. Äh, die sehen richtig krass. Okay, Leute, wir versuchen sie so schön es geht zu gestalten. Ach, guck mal, hier gibt es richtig viele verschiedene, oh, schick, 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 Leute. Okay, wir versuchen das mal hier so ein bisschen im Spaß, was ist das denn hier? Oh mein Gott. Oh, Pflaster. Okay, wieso wir sehen Pflaster im Gesicht? Okay, man hat auf jeden Fall, wow, man hat auf jeden Fall viele Möglichkeiten, den Sim zu gestalten. Und auch hier bei der Frisur. Was gibt es hier denn alles? Ui, sie ist aber jetzt, sie ist auf jeden Fall wild, Leute. Uh, pretty pretty, aber das ist ihre Frisur, Leute. Und am besten in blond, denn ihr wisst, damals habe ich Katja erstellt. Und Katja einfach, es war so ein lustiges Display, wenn ihr euch das nochmal geben wollt. Das ist krass, der 15-jährige, 16-jährige Nico hat es auf jeden Fall gespürt, Leute. Oh, guck mal, Leute. Ah, oh mein Gott, das ist so perfekt. Das ist so perfekt. Wie geil. Okay, jetzt brauche ich noch ein cooles Oberteil. Haben wir noch nicht so viele, aber warum sind die hier unten nicht da? Ah, doch, die kommen jetzt. Oh, okay. Haben wir noch, das ist doch, Leute, das ist doch das, was wir lieben. Oh, was ist das denn? Sind das Muscheln? Erstmal ein Muschel-BH anziehen. Auch auf jeden Fall. Es gibt richtig viele Klamotten. Ah, oh mein Gott, Leute. Wann ist das so eskaliert? Man kann das auch in richtig vielen Farben immer auswählen. Nice. Och, lol. Wow, hier gibt es auch einfach mal BHs. Das ist auch schön. Äh, wollen wir heute aber jetzt mal nicht so zeigen, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Und ich würde uns, glaube ich, am liebsten einfach hier vorne hier das Pride-Shirt geben. Und dann ziehen wir einfach noch irgendeine Basic-Hose an. Es gibt sogar... Wow. Okay. Das ist... Ist das unser Look, Leute? Ist das unser Look? Kann man noch Schuhe... Ja, man kann sogar noch Schuhe anziehen. Ach, krass. Das ist unser Look. Wir sehen zwar ein bisschen wild aus, weil die Kopfhörer mit diesen Bömmels da oben ganz, ganz, ganz wild sind, Leute. Aber ich würde sagen, das sind wir. Und damit werden wir jetzt in YouTube-City einziehen. Oh, wie schön. Oh, das ist ja... Das ist ja nice gemacht. Jetzt, okay, wir sind angekommen. Wir hören noch ein bisschen Music, Leute. Wir hören noch ein bisschen Yeah, Yeah, Yeah. Ähm. Hello. Okay. Wir sind in der Stadt angekommen und ich bin gespannt, was jetzt auf uns wartet. Krass, die sieht richtig... Da war das Gym. Guck mal, hier sind auch andere Leute schon am Dancen und Party machen. Das sieht ja richtig pretty aus. Ist es Xavier? Hallo Xavier. Oh, der winkt uns schon zu. Wir sehen... Also, es passt jetzt nicht so ganz zusammen, unser Outfit, ne? Ich sag's, wie es ist. Aber wir sind einfach ein bisschen crazy. Okay. Welcome in YouTube-City. Yay. Hallo, hallo, hallo. Sieht so geil aus mit diesem... Ähm. Sie ist im Inneren nicht besonders groß, aber mach dir keine Sorgen. Später kannst du es nach Belieben dekorieren. Meine Wohnung? Naja. Wird schon. Wird schon, Leute. Ähm. Jetzt gehen wir mal rein und schauen uns das an. Und hoffentlich, wir holen uns direkt ein PC und dann werden wir direkt unser erstes Let's Play starten. Ach, guck mal, wir haben sogar schon ein PC. Wir haben ja auch eine Kiste, die rumschwebt. Schön. Kann ich die auspacken? Oh, ich kann die sogar auspacken. Okay. Was ist da drin? Ist das eine Drohne? Ist das eine Streaming-Drohne? Oh, die redet mit uns. Drohne. System wird hochgefahren. Okay. Piep, piep. Danke für diese... Iconic-Übersetzung. Hallo, ich bin deine Kameradrohne. Geil. Das heißt, wir können unseren ganzen Alltag einfach streamen mit unserem persönlichen Aufnahmeassistent. Und zwar der Drohne. Gib mir einen Namen. Äh. Wow. Was... Das ist ein guter Name. Poptimus Rhyme? Poptimus Rhyme ist es, Leute. Poptimus Rhyme. Persönlichkeit wird geladen. Piep, piep. Okay. Schön, dich kennenzulernen. Dankeschön. Dankeschön. Es freut mich auch. Schritt Nummer 1. Lerne, wie man Videos aufnimmt. Okay. Aber bevor du das tust, musst du einen YouTube-Kanal erstellen. Okay. Okay, Leute. Ach, das... Das gibt mir so Flashbacks von damals. Das ist aber so nice. Und jetzt sieht das halt alles so krass aus. Dein Name wäre natürlich nicht Nitralon. Ähm. Sondern wir heißen... Was ist das denn hier? Wie ist dein Geburtstag? Wir sagen... Der 10. im Sommer. Warum auch immer. Das klingt nach einem guten Tag. Wir heißen... Äh... Äh... Wie heißen wir denn? Ich würde sagen, wir nennen uns Jelly's Life. Jelly's Life. Ach, das ist mein... Ah, warte. Dann heißen wir nur Jelly und unser Kanal heißt Jelly's Life. Das klingt... Wir machen nämlich Lifestyle und Beauty. Ich hab das jetzt einfach mal... Denn Katja können wir nicht mehr nehmen, Leute. Das ist ein altes Let's Play. Das können wir nicht mehr machen. So. Was für ein schöner Name, Jelly. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ist ein toller Name. Möchtest du mich jetzt ausprobieren? Ja. Ah, ich bin neugierig. Ich bin neugierig. So. Dies ist ein Aufnahmeort, an dem du Videos aufzeichnen kannst. Orte wie hier. Diesen findest du überall in der Stadt. Ah, okay. So. Nutze den Aufnahmeort, um deinen ersten Vlog für den Kanal aufzunehmen. Oh mein Gott. Was mach ich denn Spannendes? Nimm deinen ersten Vlog auf. Okay. Da muss ich jetzt hier rein. Muss ich jetzt hier rein. Und dann... Was mach ich denn jetzt? Mach ich irgendwas Spannendes? Ich hab ein Mikro in der Hand. Das ist ja... Was mach ich denn jetzt, Leute? Vlog. Aha. Oh mein Gott. Das kann man jetzt... Wow. Früher konnte man das nicht auswählen. Ja, wir gehen voll rein. Wir sind richtig happy. Und sagen... Hi Leute. Was geht ab? Du hast mit den Hatern gerade gnadenlos abgerechnet. Ähm. Ja, ich schmeichel erstmal mir selbst. Das ist natürlich... Ne? Das ist natürlich immer gut. Äh. Dein Telefon klingelt. Du kommst nicht zur Ruhe. Du bist im Entspannungs... Du bist im Entspannungsmodus? Äh. Wir sagen... Ich bin einfach im Entspannungsmodus. Ja. Ist doch schön. Ähm. Du verabschiedest dich. Ich bitte natürlich um Abonnenten. Ich bitte natürlich... Oh, es war schlecht. Das macht man anscheinend nicht. Aber ich sag trotzdem, abonniert mich denn, Leute. Ihr könnt mich ja auch mal abonnieren. So. Ja. Unser erster Vlog... Von den Sternen technisch war es jetzt nicht so krass. Also wir haben zwei Sterne von fünf bekommen. Ähm. Aber wir hätten fast einen dritten bekommen. Ich weiß ja noch nicht genau, was die ganzen Emojis hier bedeuten. Aufgenommene Trends lief auch gar nicht gut. Haben wir nur einen halben Stern von fünf. Kann ich mir das jetzt angucken? Ist jetzt... Ne, kann man nicht. Okay. Ja. Aber... Hä? Das ist richtig cool, dass man jetzt hier so Quests hat. Voll nice. Okay. Gut gemacht, Jenny. Jetzt müssen wir das Video auf YouTube veröffentlichen. Okay. Wir müssen es an unserem Computer bearbeiten. So. Hallo. Darf ich mal bitte hier ran? So. Jetzt sitzen wir da. Und jetzt können wir hier den Vlog... Ist das unser Projekt? Okay. Dieses Tool ist der Video Editor. Du kannst es benutzen, um deine Videos zu bearbeiten. Oh, das ist ja süß. Okay. So viele Punkte wie möglich zu bekommen. Achte darauf, dass die Clips gut miteinander verbunden sind. Okay. Das kriegen wir hin, Leute. Ein bisschen schneiden im Spiel. Später, wenn du da einen besseren PC hast, kannst du auch Video Effekte kaufen. Okay. Okay. Das klingt auf jeden Fall nice. Äh. Okay. Wir fügen erstmal... Was ist denn hier unsere Begrüßung? Das ist doch unsere Begrüßung. Dann kam das und dann kam das. Aber wir können doch jetzt gar nicht so viel... Ja. Können wir noch irgendwas verbessern? Nee, ne? Bearbeiten. Ach, hier. Aber wir haben halt nichts. Hm. Ja. Das ist dann natürlich schade, wenn wir hier noch nichts... Wenn wir noch kein Geld haben. Wir sind halt arme Leute. Äh. Können wir uns irgendwas leisten? Nee. Aber dann kann man hier Updates installieren. Ja. Ne? Das ist jetzt natürlich ein bisschen... Ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Wir werden es trotzdem veröffentlichen. Ich weiß, dass es einfach gerade... Es ist unser erstes Video. Die können nichts krasses erwarten. Oh, ein Thumbnail. Wir müssen irgendwo sein, wo wir hübsch aussehen. Wo wir richtig süß aussehen. Das ist süß, glaube ich. Okay. Füge einen Titel hinzu, der das Video beschreibt. Mein erster Vlog. Guter Titel auf jeden Fall. Ähm. Oder wähle eine Clickbait-Phrase. Uh. Okay. Okay. Der beste und schlechteste von zu Hause ohne Filter. Ich hoffe, raffe ich nicht. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es endet. Okay. Das ist super Clickbait und super schlecht. Fünf Gründe über zu Hause zu reden. Finde ich eigentlich ganz gut, oder? Wollen wir das einfach mal machen? Wollen wir das einfach mal machen? Jetzt laden wir es ganz einfach auf YouTube hoch. Und siehst du... Oh mein Gott. Siehst du süß. Drei Likes. Wir haben drei Likes, Leute. Oh mein Gott. Das ist... Oh. Ist das traurig? Es ist ein bisschen traurig. Sei mal lieber froh, dass du überhaupt drei Likes hast. Ähm. Ja. Maus. Jelly. Das wird noch besser. Das wird noch besser. Ich... Also. Ja. Schnapp dir dein Handy und installiere die YouTube-App. Okay. Du kannst dir das Video anschauen, das du gerade gepostet hast. Und das Ranking von anderen YouTubern in der Stadt einsehen. Man hat... Ist es denn ja, glaube ich, auch... Ist nicht auch German Let's Play und Paluten irgendwie auch hier in der Stadt? Habe ich das nicht so mitbekommen? Sieh auf die App. Okay. F. Da muss man F drücken und dann installieren wir das. Es ist richtig geil gemacht. Oh mein Gott. Es ist richtig schön gemacht jetzt. Ähm. Wir haben null Abonnenten. Pff. Cool. Danke, Leute. Und vier Likes. Ja. Das ist natürlich nicht so geil. Aber wie kann ich denn jetzt die anderen Ranglisten anschauen? Name ändern? Das machen wir nicht. Wir ändern hier keinen Namen. Wir brauchen eigentlich auch vielleicht ein anderes Outfit, wenn wir hier so Maus sind. Wir sind eigentlich hier nicht so eine Gaming-Maus. Ich habe hier so ein Gaming-Headset auf. Es hat... Wieso hat dieses Video null Aufruf? Oh mein Gott. Das ist so traurig. Okay. Top Trends. Katzen. Okay. Vielleicht finden wir ja irgendwo eine Katze. Aber das ist so cool, dass man jetzt Quests hat und so. Das ist auf jeden Fall so viel besser. So. Kommentierungsskripte. Was ist das? Skripte sind eine Art von Video. Ich weiß nicht, wie man ohne sie aufnimmt. Xavier sagt, dass eine Menge davon in der Stadt versteckt sind. Oh. Okay. Okay. Dadurch verbessern sich also unsere Videos und unsere Qualität. Sollen wir die Kommentierung wieder ausprobieren, um zu sehen, ob du die ersten 30 Abonnenten für deinen Kanal bekommst? Ja. Das wäre sehr cool. Weil ich hätte wirklich gerne mehr als null Abonnenten. Wir haben halt null. Das ist halt ein bisschen traurig. Video aufnehmen. Was mache ich denn jetzt? Also so wie so ein Let's Play. Du startest deine Aufnahme und ich komme natürlich mit voller Energie rein und sage Hallo Leute. Dein Telefon klingelt. Das ist dasselbe, was wir gerade schon hatten. Wir machen einfach. Wir sagen einfach mal. Ach, wir können nicht WTF sagen, Leute. Das geht nicht. Wir können nicht WTF sagen. Du antwortest einem Hater aus einem früheren Video während. Eigentlich bin ich im Entspannungsmodus, Leute. Ich bin einfach ganz entspannt. Wir haben schon mal drei Sterne. Das ist gut. Wir verabschieden uns diesmal auch ganz normal. Denn diesmal können wir nicht sagen, bitte Abonnenten. Weil sonst sagen hier wieder Leute, ah, ah, nicht gut. Diesmal haben wir drei Sterne bekommen. Das ist schon mal, schon mal auf jeden Fall besser. Okay. Das speichern wir. Und das müssen wir natürlich dann auch wieder bearbeiten. Und jetzt haben wir hier unsere Clips. So. Und das können wir dann hier bearbeiten. Und haben wir jetzt irgendwann... Haben wir nicht was bekommen? Hatten wir nicht irgendwas bekommen? Nee, wir haben nix. Wir haben ja kein Geld, ne? Ach, ist das traurig. Das ist ja wirklich ein bisschen traurig. Äh, bewegen. Nee, ich weiß eigentlich, das soll schon da bleiben. Es sollte schon... Nee, das soll schon so verknüpft sein. Oh, jetzt habe ich es aus Versehen gelöscht. Das soll schon so sein. Aber es hat trotzdem nur ein Sterne. Oh mein Gott. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Okay. Ich finde, das ist ein süßes Thumbnail. Und was haben wir denn kommentiert, Leute? Wir sagen jetzt einfach mal, Jelly reagiert auf... Auf was reagiert die Jelly? Auf... Was ist auf... Katjas neue Single. Denn die Katja hat eine neue Single gedroppt. Und wir wissen, Katja zieht immer. Haha. Irgendwie so. So. Und jetzt veröffentlichen wir das einfach mal. So Kelly... Äh, Jelly. Kelly. Naja. Wir sind so schlecht. Wir sind so schlecht. Oh mein Gott. Wir haben einfach... Oh! Aber wir kriegen... Oh, ich bekomme Abonnenten. Oh mein Gott. Wir haben 67 Abonnenten. 68. Wow. Was ist jetzt auf der YouTube-App? Kannst du jederzeit... Ah! Ring. Was will Xavier? Es ist schon Mitternacht. Zeit ins Bettchen zu gehen. Schlafen hilft dir, neue Energie zu bekommen und in den nächsten Tag zu starten. Okay, Xavier. Du kannst bis 4 Uhr morgens wach bleiben, aber dann wirst du nicht in der Lage sein, all deine Energie für den Tag zu benutzen. Okay. Gute Nacht, Jelly. Äh, kannst du mich ganz kurz noch chillen? Ich wollte ganz kurz noch hier in der App gucken, wie das bei uns so abging. Weil irgendwie lief ja das Video besser. Fünf Gründe zu Hause zu sein. Lief eigentlich auch ganz okay. Ja, es lief sogar besser eigentlich als das. Jelly reagiert auf Katjas neue Single. Aber wir haben halt jetzt schon ein paar Abonnenten. Das ist schon mal nice, ne? Da muss ich schon mal sagen, das finde ich auf jeden Fall gut. Aber jetzt sollten wir ins Bett gehen. Und dann möchte ich unbedingt noch in die Stadt gehen, weil... Ich möchte sehen, wie dieses Stadtleben hier ist. So, und jetzt sehen wir hier, was wir alles erreicht haben. Unser Hauswert ist ein bisschen gestiegen. Unsere Rangliste, wir sind immer noch schlecht. Wir sind Platz 100 von Platz 75. Das ist auf jeden Fall auch ganz toll. Und wir haben erst 69 Abonnenten von 10.000. Das ist natürlich auch ein bisschen traurig. Aber alles mit der Zeit, Leute. Man kann nicht starten und dann läuft es. Das geht nicht. Aber auch an normalen Tagen können interessante Dinge passieren. Okay, heutige Trends sind Katzen, Duty of War, Diety of... Ich weiß gar nicht. Honey Play Studios One, Abenteuer und irgendwas Armored. Ich bin gespannt. Ich will jetzt aber erst mal gleich in die Stadt. Und der Xavier ruft auch schon wieder an. Xavier, wir sind busy. Xavier, wir können gerade nicht. So, Xavier, was gibt's? Ich habe gerade die Videos gesehen, die du auf deinem Kanal hochgeladen hast. Die sind gut, aber du hast vielleicht schon gemerkt, dass die nicht so viele Aufrufe haben. Weil wir nicht im Trend sind. Ja, sorry. Schau dir die täglichen Trends an, um ein Video darüber aufzunehmen und hochzuladen. Auf diese Weise bekommst du mehr Aufrufe und Abonnenten. Okay. Habe ich gerade schon gesehen, was für Trends sind. Aber danke, Xavier. Wir gucken uns das gerne natürlich nochmal an. Hey, ich finde das Spiel... Ich habe richtig Bock, das durchzuspielen. Ach, hier, guck mal. Relevant angesagt, je nach Farbe. Okay. Ihr könnt euch das auch kaufen. Ich glaube, das gibt's seit dem 18. Oktober. Also seit meinem Geburtstag. Das Spiel... Okay. Das ist ein Spiel. Das ist ziemlich angesagt. Okay. Ja. Vielleicht können wir da ja mal was aufnehmen. Ne? Also vielleicht können wir da ja mal wirklich eine Gaming-Ecke einrichten. In Jelly's Life. Schau auf deinem Handy alle Trends an. Das haben wir abgeschlossen. Und jetzt haben wir hier unten... Jetzt können wir uns eine Gaming-Ecke einrichten. Ah, wie cool. Okay. Arbeitsbereich hinzufügen. Ich möchte eine Gaming-Ecke kaufen. Habe ich denn überhaupt Geld? Kann ich das ein bisschen hier vorbewegen? Ja. Okay. Das funktioniert ganz gut. Wie kann ich mit Kuh? So. Hier ist doch gut, oder? Hier ist super. Das ist die Gaming-Ecke. Dann ist einfach... Yay. Das ist ja schön. Jetzt fehlt nur noch eine Konsole. Woher soll ich so viel Geld nehmen? Okay. Aber wir können jetzt in die Stadt gehen. Oh. Geil. Okay. Ich habe gerade eine App installiert, mit der du den Stadtplan siehst. Cool. Ja, Mann. Ja, Mann. Stadtplan-App. Einfach Google Maps installiert. Geil. Ach, cool. Und hier müssen wir hin, ne? Da müssen wir hin. Okay. Kriege ich hin. Ich muss ja eigentlich nur raus und gegenüber. So. Okay. Wir sind da. Oh, hier ist die Stadt. Wer bist du? Hi. Du bist nicht Blair, aber du bist irgendein Business... Hier steht sogar E-Scooter. Wir können Roller fahren? Du brauchst einen Führerschein, um Roller zu fahren. I'm sorry. Sorry, dass ich nicht so cool bin und einen Führerschein habe. Die ist echt schnell. Die rennt hier voll lang. Was passiert denn hier? Hallo. Hi. Kennt man sich? Ne, ich glaube nicht. Oh. Ist das die Blair? Das ist doch Safety Blair, oder? Die sieht richtig fancy aus. Blair, bist du's? Ja, das ist natürlich... Natürlich ist das die Blair. Die Blair sieht richtig aus wie eine Queen. Kann ich dir irgendwie helfen? Äh, ne. Doch, Xavier hat mich geschickt. Du bist also der neue YouTuber in der Stadt. Ja, das bin ich. Ich bin sogar YouTuberin, tatsächlich. Ähm. Hier hast du die Konsole Honeyplay Studios One und das Spiel. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Hat die uns das jetzt einfach geschenkt? Kriegen wir ja alles geschenkt. Das ist ja nice, Leute. Das ist natürlich schön. Die Tasche hat nur begrenzten Platz. Okay. Ich will das der nicht schenken. Hä? Als ob ich der das schenke. Was gibt's denn hier noch? Ah. Das haben wir schon im Rucksack. Oh, was passiert? Och, der Xavier, Leute. Der Xavier ist auf jeden Fall unser Manager. Ja, wir haben es. Wir haben es. Wir haben es. Super. Jetzt lassen wir sein erstes Gameplay aufnehmen. Okay. Das würde ich sagen, machen wir noch. Oh, unser Vlog ist auch ganz okay angekommen, würde ich jetzt mal sagen. Was gibt's denn hier noch für Spiele? Aha. Das ist das. Das. Aha. Aha. Okay. Oh, guck mal. Hier ist sogar 50%. Das ist gut. Das wird dann wahrscheinlich nicht mehr so ein Trend sein. Wir gehen nach Hause und nehmen jetzt noch ein Gameplay auf, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, wie erfolgreich wir waren. Wo wohnen wir denn jetzt? Ich habe schon wieder vergessen, wo wir wohnen. Hier, oder? Ja, hier wohnen wir. Okay. Nehmen wir noch ein Gameplay auf. Und ich würde gerne eigentlich ein bisschen mal die YouTuber kennenlernen in der Stadt. Aber ich glaube, die haben noch nichts mit mir zu tun. So. Wähle ein Spiel aus und starte die Aufnahme. Ich finde das auch gut. So, was ist denn jetzt hier? Video aufnehmen. Das wollen wir auf jeden Fall machen. Wieso haben wir das jetzt noch nicht? Ah, es ist in unserem Rucksack. Okay. Zuhause platzieren. Ja. Play Studios. So, das kommt natürlich. Kann man es nicht hier oben drauf tun? Das ist ja blöd. Warum kann man das nicht hier oben drauf tun? Also. Wir nehmen jetzt noch ein Gameplay auf. Und es bringt uns ein bisschen ein paar neue Abonnenten. Aber wir kriegen es hin, Leute. Okay. Wir müssen wieder am Anfang sagen, wir kommen wieder voller Energie rein. Du gibst konstruktive Kritik, während du spielst zum Spaß. Du verschickst. Was verschicke ich denn? Du machst eine technische... Okay. Wir haben einfach Spaß am Spiel, Leute. Das ist immer gut. Spaß ist immer gut. Du bedankst dich bei deinen Abonnenten für ihre Unterstützung. Und... Ah, das heißt, ich verschicke Love, oder? Ich verschicke einfach ein bisschen Love an die alle. Die freuen sich doch bestimmt, wenn ich die liebe. Ähm... Warum verliert der an... Okay. Warum verliert der an Dings? Ich weiß es nicht. Egal. Haben wir jetzt fünf Sterne? Haben wir jetzt alles gut gemacht? Oh, okay. Okay. Das kann zum ersten Mal gut sein für uns. Okay. Dann gehen wir mal schnell hier hin und bearbeiten das Video. Auch wenn wir natürlich noch nicht genug Geld haben. So. Eins, zwei, drei, vier. Das ist natürlich jetzt nicht so strong. Kann ich das hier... Warum ist denn das nicht verbunden? Äh... Okay. Wartet mal. Hier ist... Das ist nicht verbunden, das Video mit dem. Aber warum? Das ist das... Das muss das erste Video werden. Das ist unser erstes Video. Und das wird verbunden damit? Anscheinend nicht. Warum nicht? Äh... Mit dem? Auch nicht. Aber warum? Ha. Wir machen irgendwas im Schnitt falsch, glaube ich. Es müsste ja eigentlich so. Eigentlich ist es ja so. Aber es ist halt... Ja, so ist es auf jeden Fall verbunden. So ist es besser verbunden als... Äh... Bewegen. Ne. Das wird irgendwie nichts. Aber... Das muss ja unser erstes Video sein. Das ist ja voll peinlich, wenn wir hier den Anfang nicht drin haben, oder? Das ist ja dann wirklich ein bisschen peinlich. Okay. Okay, dann laden wir das einfach ohne die Begrüßung hoch. Äh... Weil das irgendwie sich nicht connectet. Und jetzt wählen wir noch den Thumbnail aus, wo wir richtig hier so mit Feuer und so. Ist immer gut. Feuer ist immer gut. Ähm... Also wir sagen mal... Hashtag Action mit Jelly bei... Wie heißt das Spiel? Diety... Oh, ich hab's falsch geschrieben. Diety of War. Einfach mal... Machen wir eins einfach mal so, Leute. Und hoffen, dass uns das wenigstens ein paar Abonnenten bringt. Oh! Es hat auch ein Dislike. Wer war das? Wer war das von euch? Guck mal, sie ist schon ein bisschen happier. Lief schon besser. Aufnahme war gut. Bearbeiten war scheiße. Und Trends war auch schon ein bisschen besser. Es lief schon... Lief schon gut. Es... Also das lief auf jeden Fall schon mal ganz gut. So, und dann machen wir hier noch das Paket auf. Hey Jelly, ich dachte mir, dass du nach der Aufnahme und Bearbeitung so vieler Videos vielleicht Hunger hast. Oh! Danke, Xavier. Oh, sie ist richtig tot. Guck mal, sie ist richtig schon fertig mit ihrem Leben. Vielleicht ist es jetzt der Zeitpunkt, wo wir sagen, okay Jelly, ruh dich aus. Das vielleicht sehen wir dich ja nochmal wieder. So, jetzt kurz bevor es vorbei ist. Peace, friends vom Nico aus dem Schnitt. Was ich ganz vergessen habe in dem Video einfach zu sagen, ist, dass es viel, viel mehr ist, als das, was ihr gerade gesehen habt. Ihr habt gerade nur so einen kleinen Teil gesehen. Es gibt wirklich noch so viel andere Sachen zu entdecken. Es gibt noch Insta-Live, also so Insta-mäßig, worüber ihr dann auch Reichweite generieren könnt, um halt noch ein geilerer YouTuber, eine geilere YouTuberin zu werden mit viel mehr Followern. Und dann gibt es auch noch, was ich mega nice finde, was ich noch nicht selber erlebt habe. So diese ganzen Events und Sachen, die man vor Ort unternehmen kann, die ich auf jeden Fall noch erleben möchte. Zum Beispiel auch das Streaming-Minigame. Glitch heißt das Ganze, ihr seht es hier gerade. Es sieht auf jeden Fall sehr nach viel Spaß aus. Und ich habe wirklich Leute, ich würde am liebsten jetzt direkt noch eine Folge 2 aufnehmen, weil ich fand es wirklich so viel geiler als das Erste. Also wirklich, weil man so viel mehr geile Möglichkeiten hat. Und ich freue mich so sehr für die Einladung. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal. Und es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Video. Also wirklich vielen, vielen, vielen Dank, dass ich diese Möglichkeit hatte, das schon vorher zu spielen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich dazu eingeladen habt. Und es hat mir wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich werde auf jeden Fall da noch weiter spielen. Denn ich möchte, dass Jelly einfach mehr erreicht. Und wenn ihr auch Bock habt, dass Jelly nochmal hier zu sehen ist, dann lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Wir hören uns dann bei einer neuen Folge wieder von Die Sims 4. Love Island oder der Einmal Baby Challenge. Eins von beiden wird auf jeden Fall die Woche jetzt nochmal kommen. Und dann will ich auch schon sagen, das war es mit dem Video. Lasst gerne positive Behandlung da. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann bis zum nächsten Mal noch rein. Ciao, 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 ciao. Und ciao.